Gerne zeige ich dir, wie du Tabellen in Word sortieren kannst. Ich habe hier diese Tabelle und wenn ich jetzt die da anklicke, anschliessen auf Start, Sortieren, dann öffnet sich dieses Fenster. Und wenn ich da hineingehe, Sortieren nach, steht da Spalte 1, 2, 5 und so weiter. Und der Name, das ist jetzt das da. Ich kann ihm aber sagen, hey, ich habe eine Überschrift verwendet. Und jetzt sieht es mir, da gibt es mir schon Name, Vorname, Geburtsdatum an. Ich möchte jetzt nach erstem Suchkriterium möchte ich nach dem Geschlecht sortieren, aufsteigen. Das heisst FM, ich möchte zuerst die Frauen, also aufsteigen. Das zweite Kriterium soll anschliessend das Geburtsdatum sein. Das ist Datum auch zuerst der älteste, wenn ich umgekehrt hätte, hätte ich den jüngsten. Ich könnte dann noch ein drittes Kriterium werden, auf das verzichte ich jetzt hier und klicke auf OK und die Tabelle wird mir neu sortiert nach Geschlecht und dem Geburtsdatum. Da habe ich zwar noch einen Fehler, den kann ich korrigieren.